Hallo zusammen, ich begrüße euch zum nächsten Trailer am, was haben wir denn heute? 06.07.2020 um 18.42 Uhr, bin jetzt gerade hier bei der Seite von Joe Conrad, ohne da jetzt werbeaktiv tätig sein zu wollen. Da war ich allerdings gestern drauf und ihr wisst ja, dass der Joe bei YouTube, weil er schon den ein oder anderen Streik bekommen hat, da keine Hauptfilme mehr dreht, sondern ankündigt, was dann bei, wo ist denn das hier genau, was er dann eben bei bewusst.tv dann bringt. Aber nochmal keine Werbung, sondern einfach nur dieser eine Post hier, der mich dann schon irgendwie zum Nachdenken bewegt hat, was ist dringlicher, 80% davon zu überzeugen, dass sie schlafen oder 20% nicht schläfer zu schützen. So langsam muss man mit der eigenen Energie rational umgehen, bei den 80% verschenkt man nur noch Energie und erntet Hohn und Spott. Ja, das hat mich irgendwie bewegt, dieser Spruch oder dieser Satz oder diese Sätze oder diese Fragen, sodass ich diesbezüglich im Hauptfilm dann darauf eingehe, den ihr dann schauen könnt bei Bitchute, bei VK, die sich den Trailer bei WICNUS TV anschauen, wisst ihr ja den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile und ab damit. Jo, und dann hoffentlich doch bis gleich. Tschüss.